Hier spricht Hinnack ganz ehrfurchtsvoll, weil die Ringe mit den Gurten, die habe ich auch. Ich komme bloß nicht hoch damit. Und sowas schon gar nicht. Aber ich nehme das gerne mal auf, um mir das mal anzuschauen, was ich hätte theoretisch mit diesen Ringen machen können, die bei mir ziemlich Staub ansetzen.